Was ist unser kleines Notpärchen in diesem Monat? Das ist die Stella. Stella ist ein Husky-Welpe, vier Monate alt. So ruhig wie sie jetzt hier auf dem Arm ist, ist sie eigentlich nicht. Also Huskys wollen ja richtig gefordert werden, wollen gepowert werden. Das heißt, sie braucht am besten eine Familie, die sportlich viel unterwegs ist, die vielleicht sogar mit ihr Schlittenhundesport macht oder sonst irgendwie am Fahrrad laufen oder joggen oder was auch immer. Sie ist super verträglich, ein niedlicher kleiner Welpe. Natürlich muss sie noch viel lernen und sie wartet im Dresdner Tierheim auf eine neue Familie.